... wird durch die Bundesministerin für Landesverteidigung, Claudia Tanner, vertreten. Die Abgeordnete Belakowitsch hat im Sinne des § 50 der Geschäftsordnung schriftlich Einwendungen gegen die schriftlich mitgeteilte Tagesordnung der heutigen Sitzung erhoben. Die Einwendungen betreffen den Tagesordnungspunkt 5, die Vorredung als Tagespunkt 1. Ich trete diesen Einwendungen nicht bei, weshalb der Nationalrat zu entscheiden hat. In der gemäß § 50 der Geschäftsordnung stattfindenden Debatte beschränke ich die Redezeit auf 5 Minuten und die Zahl der Rednerinnen und Redner pro Club auf 3. Die Debatte wird nach der aktuellen Stunde durchgeführt. Ich darf bekannt geben, dass wie immer der ORF 2 bis 13 Uhr überträgt, der ORF 3 dann bis 19.15 Uhr und anschließend wird sie kommentiert in der TV-TEC übertragen.